Der erste Dovum ist Majmui, Dovum. Hören Sie diesem Gespräch zu. Herr Jameson, Ihr Deutsch ist sehr gut. Nein, leider nicht, aber vielen Dank. Kommen Sie oft nach Deutschland? Nicht sehr oft, aber meine Tochter ist mit einem Deutschen verheiratet. Ah ja? Wo wohnen denn Ihre Tochter und Ihr Mann? In München. Nicht schlecht. Gefällt es ihr in Deutschland? Ich glaube schon. Sie spricht jetzt schon viel besser Deutsch als ich. Gerni, molle mich schon mal schenidit, die Chani im Guft? Ah ja. Keiibarat, ja es barui hengam gafelgier schudden istifade minkonim. Misle in ein eibarat. In torast? Hören Sie diesem Gespräch noch einmal zu. Herr Jameson, Ihr Deutsch ist sehr gut. Nein, leider nicht, aber vielen Dank. Kommen Sie oft nach Deutschland? Nicht sehr oft, aber meine Tochter ist mit einem Deutschen verheiratet. Ah ja? Wo wohnen denn Ihre Tochter und Ihr Mann? In München. Nicht schlecht. Gefällt es ihr in Deutschland? Ich glaube schon. Sie spricht jetzt schon viel besser Deutsch als ich. Tatsawür keneid bei einem Dost sohbet minkonid. Erinnern Sie sich wie man fragt? Hörfieh schumma či ist? Was sind Sie von beruf? Wie sagt eine Frau? Wie sagt ein Mann? Wie sagt ein Mann? Wie sagt ein Mann? Ich bin leerer. Ich bin leerer bei einer Bank. Bei einer Bank. Bei einer Amerikanischen Bank. Versuchen Sie zu fragen. Bei einer Bank. Der Bank. Der Bank und der Frankfurt. Bei der Citibank in Frankfurt. Bei der... Bei der Citibank. Wie fragt die Frau? An kogja ist? Istvahe kenedet aus... Wie... Wo ist die? Der Chia-Bane. Mainz. Mainzer Straße. In der Mainzer Straße. In der Mainzer Straße. In der Mainzer Straße ist Einung. 1 0 0 0 0 0 0 und 0 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, sie ist dort verheiratet. Fragen Sie, ob es Ihr in der Schweiz gefällt? Gefällt es Ihr in der Schweiz? Ihr? Gefällt es Ihr? Gefällt es Ihr in der Schweiz? Wie sagt sie, dass es Ihr sehr gefällt? Es gefällt Ihr sehr. Es gefällt Ihr sehr. Es gefällt Ihr sehr. Ich habe sie morgen. Ich habe sie morgen. Ich habe sie morgen. Morgen früh. Morgen früh. Ich fahre morgen früh in die Schweiz. Ich fahre morgen früh in die Schweiz. Wie sagt sie, dass sie sehr früh fährt? Ich fahre sehr früh. Sehr früh. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Er ist Ingenieur. Ingenieur, Nür, Junior, Junior, In, Ingenieur. Er ist Ingenieur. Begweed, Mohandis. Ingenieur. Begweed, Mohandis. Begweed, Mohandis. Bei einer amerikanischen Bank. Bei einer amerikanischen Bank. Wie sagt man? Begweed, Mohandis. Begweed, Mohandis. Er ist Ingenieur. Er ist in Stuttgart. Begweed, Mohandis. Begweed, Mohandis. Begweed, Mohandis. Geh, gekommen. Ist gekommen. Wann ist er nach Deutschland gekommen? Wie sagt man auf Deutsch? Sol. Jahr. Das Jahr. Sali, Gözächti. Wiederholen Sie. Letztes Jahr. Letztes. Jahr. Letztes. Letztes Jahr. Wie sagen Sie? Sali, Gözächti. Letztes Jahr. Wie sagen Sie? U Sali, Gözächti, Ahmed. Er ist letztes Jahr gekommen. Er ist letztes Jahr im Februar gekommen. Er ist letztes Jahr im Februar gekommen. Versuchen Sie zu sagen. Ooował Allen. Es gefällt ihm hier. Ihm. Ihm. Es gefällt ihm hier. Sagen Sie, dass es ihm sehr gefällt Es gefällt ihm sehr Sehr Sagen Sie, dass sein Deutsch sehr gut ist Sein Deutsch ist sehr gut Wie sagt Ihre Bekannte? Er ist sehr gut Ihr Deutsch ist sehr gut Er will Sie wissen, dass Sie einen Deutsch-Almany haben? Wiederholen Sie Sie haben Sie gelernt? Sie haben Sie gelernt? Wie sagt man? Sie haben gelernt? Sie haben gelernt? Sie haben Sie gelernt? Sie haben gelernt? Sie haben wir gelernt? Wie fragt Ihre Bekannte? Wie fragt Ihre Bekannte? Wie fragt Ihre Bekannte? , wie fragt Ihre Bekannte? Wie fragt Ihre Bekannte? Wie fragt Ihre Bekannte? Aja? Aja? Bät nicht? Nicht schlecht. Aslan Badnist. Wiederholen Sie. Gar nicht schlecht. Nicht. Gar. Gar nicht. Gar nicht schlecht. Wie sagt Sie, dass Ihr Deutsch gar nicht schlecht ist? Ihr Deutsch ist gar nicht schlecht. Sagen Sie. Ich habe in Amerika Deutsch gelernt. Und ich habe in Amerika gelernt. Und ich habe in Amerika Deutsch gelernt. Und ich komme oft nach Deutschland. Und ich komme oft nach Deutschland. Und ich habe in Amerika. Und ich habe in Amerika. Ich habe in Amerika. Ja, ein bisschen. Einfach. 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 Begwied, Asan. Einfach. Asan ist. Nicht einfach. Wie sagt sie? Ich habe Englisch gelernt. Englisch ist nicht einfach. Nicht einfach als Deutsch. Nicht einfacher als Deutsch. Interest? Ah, ja? Sagen Sie. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wiederholen Sie. Dass Englisch nicht einfach ist. Dass das Englisch nicht einfach ist. Sagen Sie, Begwied, Asan ist nicht. Das Englisch nicht einfach ist. Gar nicht einfach. Gar nicht einfach. Wie sagen Sie? In Toronto ist? Ah, ja. Ja. Schumann. 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 Ja. Schumann. Ja. 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 Mein Mann ist Englisch. Mein Mann ist Englisch. Ich habe dort Englisch gelernt. ganz schön. Aber es war nicht einfach. Gar nicht einfach. Wie fragt Sie? Und wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Wie sagt man? Der Däfter. Im Büro. Im Büro. Wie fragt Ihre Bekannte? Deutsch. Sprechen Sie im Büro Deutsch? Antworten Sie? Nein, nicht sehr oft. Wie sagt sie? Das ist schade. Das ist schade. Sie haben in Amerika Deutsch gelernt. Sie haben in Amerika Deutsch gelernt. Sie fragt. Das ist schade. Das ist schade. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ein Farah ist. Ich weiß nicht, was ein Farah ist. Ich spreche seit 35 Jahren Englisch. Und ich spreche seit 60 Tagen Deutsch. Ich weiß nicht, was ein Farah ist? Ja. Ja. Sie buchstabieren voranmen. Lesen Sie den ersten Namen. Flärchen. Wiederholen Sie den Buchstaben. Harf A betenhaie. A. A. Buchstabieren Sie diesen Namen. H. L. A. R. C. H. I. N. Jürgen. Jürgen. Lesen Sie den zweiten Namen. Jürgen. Jürgen. J. 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 R. G. E. N. J. Ü Ü Lesen Sie den dritten Namen. Jörg Buchstabieren Sie diesen Namen. Jörg Ö Ö Ö Lesen Sie den vierten Namen. Yvonne So sagt man den ersten Buchstaben. Wiederholen Sie. Y Y Jetzt buchstabieren Sie diesen Namen. Y Y V O N N E 5 Lesen Sie den Namen. Uwe Buchstabieren Sie diesen Namen. U W E Lesen Sie Nummer 6. Horst Buchstabieren Sie diesen Namen. Horst Buchstabieren Sie den Namen. Jens Buchstabieren Sie diesen Namen. J E N S Lesen Sie acht. Ulrike Buchstabieren Sie diesen Namen. U L R I K E Lesen Sie neun. Wil Han Ilse I L S E I L S E I L S E Jeel L I L S E Y L S E I L S E I L S E I L S E Lesen Sie Nummer 10 Joachim Buchstabieren Sie diesen Namen. J-O-A-C-H-I-M Hallo an alle! Ich bin Sogian Warestade, die deutsche Lehrerin. Sie wollten immer an diesen Online-Sprachkursen teilnehmen, aber Sie hatten keine Zeit? Oder vielleicht waren diese Kursen viel teuer? Hier bieten wir diese Online-Kostenlose Sprachkursen an, damit Sie einfach und effektiv unterschiedliche Sprachen lernen können. Bitte abonnieren Sie unser Kanal, um allen diesen Sprachen einfach zu lernen und einfach zu finden. Hallo an alle! Ich bin Sogian Warestade, die unter dem Zuban-Sprachkursen. Ich bin Sogian Warestade, die immer in den Zuban-Sprachkursen. Wenn Sie die Zuban-Sprachkursen sehen, dann können Sie die Zuban-Sprachkursen. Hören Sie diesem Gespräch zu. Entschuldigen Sie, was sind Sie von Beruf, Herr Taylor? Also Frau Lange, ich arbeite bei Siemens. Ich bin Manager. Ah, bei Siemens. Sind Sie schon lange in Deutschland? Ich bin seit gestern hier. Seit gestern? Ja, ich wohne und arbeite in Amerika, in New Jersey. Und Sie sind nur zu Besuch in Deutschland? Ja, ich besuche meine Schwester und ihren Mann. Meine Schwester ist mit einem Deutschen verheiratet. Aha, deshalb sprechen Sie so gut Deutsch. Naja, nicht nur deshalb. Deshalb? Hören Sie diesem Gespräch noch einmal zu. Entschuldigen Sie, was sind Sie von Beruf, Herr Taylor? Also Frau Lange, ich arbeite bei Siemens. Ich bin Manager. Ah, bei Siemens. Sind Sie schon lange in Deutschland? Ich bin seit gestern hier. Seit gestern? Ja, ich wohne und arbeite in Amerika, in New Jersey. Und Sie sind nur zu Besuch in Deutschland? Ja, ich besuche meine Schwester und ihren Mann. Meine Schwester ist mit einem Deutschen verheiratet. Aha, deshalb sprechen Sie so gut Deutsch. Naja, nicht nur deshalb. Sie sprechen mit einer Bekannten. Wie fragt Sie? Ah, ja, Sie können Sie aus Allemann sehen Sie? Sie sind Sie zu Besuch in Deutschland? Ja, Sie sind Sie zu Besuch in Deutschland? Ja, ich besuche eine Bekannte. Und Ihren Mann? Sie haben früher in Amerika gewonnen. Sie haben früher in Amerika gewohnt. Früher. Wie fragt Ihre Bekannte? Ah, ja, eine Haar Amerikai-Hassand. Sie sind Sie Amerikaner? Sie sind Amerikanerin. Sie ist Amerikanerin. Und er ist Amerikaner. Er ist Amerikaner. Wie fragt Sie? Was ist Ihr Mann von Beruf? Antworten Sie. Er ist Ingenieur. Er arbeitet bei einer Amerikanischen Firma in Frankfurt. Ihr Bekannte fragt. Äh, ja, Frankfurt-Hassand... ... ... in Frankfurt? Versuchen Sie zu fragen. Wie gefällt es ihr in Frankfurt? Sagen Sie, dass es ihr sehr gefällt. Es gefällt ihr sehr. Aber sie spricht nicht viel Deutsch. Es ist gar nicht einfach für Sie. Gar nicht einfach. Zu lernen. Sie sagt, sie hat keine Zeit Deutsch zu lernen. Sie sagt, sie hat keine Zeit Deutsch zu lernen. Wie sagt man? Ich habe gelernt. Sie hat noch nicht viel Deutsch gelernt. Sie hat noch nicht viel Deutsch gelernt. Sie sagt, es ist sicher nicht einfach für Sie. Sie sagt, sie ist sehr. Dieses Restaurant ist sehr nett. Wie sagt Ihre Kollegin? Ja, es ist nett und sehr gut. Sie sagt, sie ist leicht. Sie sage, Sie sind ein Fisch. Sie sagt, Sie sind ein Fisch. Sie sagen, Sie haben ein Fisch der Worte. Sie sagt, Sie sind ein Fisch. Sie sagen, Sie haben ein Fisch. Sagen Sie, Wollen wir eine Flasche bestellen? Wie sagt man, Wollen Sie das Wort für Empfeilen 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 Wie sagt man, Piechen hat kerden Empfeilen Dieser ist sehr gut Versuchen Sie zu sagen Besscher gut, Wie sagt man, Und wie sagt man, Er kauft und verkauft Er kauft und verkauft Erkunde Speise Die Speisekarte Die Speisekarte, bitte Sagen Sie Bebachschid Entschuldigen Sie Die Speisekarte, bitte Wir möchten jetzt bestellen Apps kann Sie im Film Apps 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 App Was können Sie heute empfehlen? Er sagt, dass die Schnitzel sehr gut ist. Wie geht es? Sehr gut, wir nehmen die Schnitzel. Das Schnitzel. Du stefst nicht aus der Schnitzel, Lütfern? Wiederholen Sie. Zweimal das Schnitzel, bitte. Zweimal. Mal. Mal. Zwei. Zweimal. Zweimal. Mal. Be turd tehto-lfzzi, yannis? Df-e. Wie zang sie? Du df-e, ja, du bar. Zweimal. Wie zang man? Und wie sagt man? Begült, 2-0-6-0-2-2-5-1 Zweimal Zweimal das Schnitzel, bitte Wir möchten auch eine Flasche Mineralwasser Wir möchten auch eine Flasche Mineralwasser Wir möchten 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 einen Flasche Mineralwasser Die Flasche Mineralwasser sofort Hier sind die Namen von einigen deutschsprachigen Schriftstellern und Komponisten. Lesen Sie den ersten Namen. Friedrich Nietzsche Nietzsche Lesen Sie den zweiten. Rainer Maria Rilke Rilke Lesen Sie den dritten. Wolfgang von Goethe Goethe Den vierten. Berthold Brecht Recht Den fünften Friedrich Dürrenmatt Dürrenmatt Den sechsten Franz Kafka 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 Den siebten Arthur Schnitzler Schnitzler Den achten Gustav Mahler Gustav Mahler Den zehnten Den zehnten Wolfgang Amadeus Mozart 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 Den elften Ludwig van Beethoven 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 Den zwölften Richard Wagner 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 Den dreizehnten Richard Strauss Franz Schubert Schubert Lesen Sie den letzten Namen. Johannes Brahms Johannes Brahms 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 DER صورتی که به 80% مطالب درست تسالت دارید، فردا میتوانید درست بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درست را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درست را در هر روز انجام دهید. درست را درست را درست. درست را درست باشید! Untertitelung des ZDF, 2020